Hallo, ich grüße euch zum Wetter hier bei wetter.net. Vielen Dank fürs Abonnieren. Drückt bitte weiterhin fleißig auf Abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Denn wir haben ein Ziel, wir wollen bis zum Jahresende die 20.000 der Marke in Sachen Abos geknackt haben. Mal schauen, ob das klappt. Ja, der heutige Freitag war sehr nass, sehr wechselhaft, sehr stürmisch. Und da stellt sich natürlich die Frage, fällt das gesamte Weihnachtsfest dieses Jahr ins Wasser? Das könnte man denken, wenn man sich erstmal die Regenmenge anschaut, die bis Heiligabend zu erwarten sind. Und da kann es richtig nass werden. Hier im Südosten bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter und auch hier im Schwarzwald bis zu 90 Liter. Sonst im Westen 60 bis teilweise 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Und nur im Nordosten, da könnte es ein bisschen weniger sein mit 20 bis 30 Litern. Ja, zur Bescherung am Heiligabend wird es dann eher in der Mitte und im Süden dieser nasse Angelegenheit. Es gibt dichte Wolken und immer wieder fällt zum Teil noch kräftiger Regen. Nach Norden hin dagegen, da lockern die Wolken auch mal auf. Und zur Bescherung könnte es dann dort trocken sein. Ja, am ersten Weihnachtsfeiertag insgesamt dann deutlich trockener. Im Gesamtland ein Mix aus Sonne und Wolken. Also hier mal ein paar Wolkenfelder, dann ein bisschen Sonnenschein dazwischen. Insgesamt sehr ruhiges Weihnachtswetter. Und auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es ähnlich. Mal Sonne, mal Wolken und es bleibt überwiegend trocken. Einzige Ausnahme hier oben im Nordwesten, da kann man ein bisschen Regen aufziehen. Aber viel wird das nicht sein. Fakt ist also, es gibt keine weißen Weihnachten, kein winterliches Weihnachtsfest. Aber es wird auch irgendwie nicht unangenehm nass. Also im Grunde ein paar ganz schöne, ruhige Festtage. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auch schon mal heute schöne, ruhige, besinnliche Weihnachtstage. Vielleicht melde ich mich noch mal kurz vorm Heiligabend wieder. Falls nicht, schon mal jetzt frohe Weihnachten. Und wie immer, das Weihnachtswetter für euren Ort, das gibt es unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.